Den Griff weiter hinten heben. Griff ganz hinten heben. Jawohl. Ja, das ist aber kein Tisch, denn das ist das Ding. Säbelkern. Das war Säbelkern, okay? Danke, Herr Paul. Der Griff ganz hinten heben. Griff ganz hinten heben. Jawohl. Oder vorne heben. Ja, also ist besser. Nein. Ja. Ja. Ja, also ist besser. Das ist besser. Ich denke, der Griff hinten. Du musst hinten, dann machst du Handgelenk kaputt. Das ist besser. 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 Untertitelung des ZDF, 2020